Lauscher sah, wie das Wesen langsam von seinem Lager glitt und näher kam. Da packte ihn die Angst vor dem grausigen Geschöpf, aber er wußte zugleich, daß er nun weiterführen mußte, was er einmal begonnen hatte. Er steckte die Flöte in die Tasche und ging dem Wesen entgegen, bis er dessen muffige Ausdünstung roch und die formlose, ungeheuer aufgetürmte Masse vor ihm stand, die eine Art Kopf zu ihm herabneigte und sagte, »Ein bisschen Zärtlichkeit für den armen Mollo wird der Winzling schon übrig haben.« Da wurde Lauscher von Mitleid ergriffen. Er streckte seine Hand aus und berührte das Wesen, das sich Mollo nannte. Mollo seufzte wohlig und schnurrte fast wie eine Katze, als Lauscher ihm mit der Hand über die trockene, glatte Haut strich, und als er das eine Weile getan hatte, sagte Mollo, »Nun kann der Winzling sich ein paar schöne, runde Goldklumpen nehmen« und kroch beiseite, um den Weg zu seinem Schatz freizugeben. Unwillkürlich trat Lauscher an die aufgehäuften Goldbrocken heran und spürte die Verlockung, diese funkelnden Dinger in die Hand zu nehmen. »Wenn man den ganzen Schatz zusammenraffen und hinaufschleppen könnte ans Tageslicht«, dachte er, »wie herrlich müßte er es dort glinzen!« »Ein großer Mann könnte man werden mit diesem Reichtum, ein ganzes Königreich würde man sich dafür kaufen können.« »Sind sie nicht schön, meine lieben Goldklumpen?«, wisperte Mollo. »Möchte man sich nicht hineinwühlen in diesen Haufen, bis man an nichts mehr anderes denkt?« »Ich wollte das alles für mich haben, aber du darfst ein bisschen davon nehmen.« Als er diese Worte vernahm, spürte Lauscher, wie ihn die gleiche Gier überkam, die Mollo hier im Dunkeln der Höhle festgebannt hatte, und er erschrak vor sich selbst. Nur mit Mühe gelang es ihm, seine Augen von dem goldenen Glanz loszureißen, der ihn fast hatte vergessen lassen, weswegen er hier heruntergestiegen war. »Nein«, sagte er, »ich will kein Gold, Mollo. Lass mich weiterhin untersteigen in die Tiefe.« Mollo wiegte sein formloses Haupt und sagte, »klug ist er, der Winzling. Wäre ihm vielleicht auch übel bekommen, dem Winzling, wenn er nach dem Gold gegriffen hätte. Weiß er denn, ob Mollo es hätte ertragen können, wenn jemand von seinem Gold nimmt?« »Geh nur, Winzling, geh, solange du noch kannst.« Das ließ sich Lauscher nicht zweimal sagen. Er schlüpfte durch den zweiten Ausgang der Höhle in eine Kluft, die fast eben weiterführte, und bald schwand hinter ihm der letzte Schimmer von Mollos Goldhöhle, so daß er sich wieder im Finstern weiter tasten mußte. Einmal schien der Gang an einer glatten Wand zu enden, doch Lauscher fand nach langer, mühevoller Suche einen Spalt, durch den er sich und durchzwängen konnte. Er mußte über Felsbrocken klettern, die den Weg versperrten, kroch auf dem Bauch durch einen niedrigen Stollen, in dem er kaum den Kopf heben konnte, und diese Engstelle mündete in einen weiten Raum, von dessen Wänden jedes Geräusch vielfach widerhallte. Lauscher richtete sich auf, um diese Höhle zu durchqueren, doch schon beim ersten Schritt geriet er auf gleitendes Geröll, das ihn hinabriß in einen Schlund, durch den er mit wachsender Geschwindigkeit zwischen rutschendem und polterndem Schotter in die Tiefe fuhr. Er spürte noch, wie seine Füße auf felsigem Boden aufschlugen, und blieb dann eine Weile halb bewusstlos vor Schreck liegen, während neben ihm noch immer Steinbrocken herabkollerten. Schließlich rappelte er sich auf und fand sich in einem schmalen Gang, der hoch genug war, daß man darin stehen konnte. Als das nachrutschende Gestein endlich zur Ruhe gekommen war, wurde ein Raunen wahrnehmbar, das aus der Tiefe des Ganges zu kommen schien. Langsam tastete sich Lauscher an der Wand entlang weiter, und nach einer Biegung schimmerte weit voraus eine Spur von Helligkeit. Vorsichtig schlich er auf diesen schwachen Schein zu und konnte jetzt dieses Raunen schon deutlicher hören. Sogar einige Worte hoben sich aus dem eintönigen Gemurmel heraus. Kristall, Fläche, Winkel, Ebenmaß. Mehr war noch nicht zu verstehen. Als er die nächste Biegung des Ganges erreicht hatte, blickte er durch eine glatte, gerundete Öffnung in einen Raum, der von kaltem, farblosem Licht erfüllt war. Mit wenigen Schritten gelangte er zur Mindung des Ganges und sah nun, wo dieses Licht seinen Ursprung hatte. In der Mitte der weiten Höhle schwebten, wie an unsichtbaren Fäden aufgehängt, zahllose weißfunkelnde Kristalle, die in ständiger Bewegung umeinander kreisten, und daneben bewegte sich eine seltsam spinnenhafte Gestalt. Ein winziger, magerer Körper mit unsäglich langen und dürren Gliedmaßen trug einen birnenförmigen Kopf, über dessen zusammengeschrumpftem Gesicht der kahle Schädel unförmig aufgeschwollen war, und dieses Kerlchen tanzte mit zuckenden Bewegungen und unter ständigem Murmeln rings um die schwebenden Kristalle. »Jetzt ist die Ordnung hergestellt«, sagte es. »Alle Kristalle im richtigen Winkel zueinander, alle Flächen parallel, jeder Sektor ein Spiegelbild des Nächsten, alle Kreise koordiniert.« »Nein doch! Nein! Hier muss sich die Ekliptik regulieren. Dort gibt es Unordnung!« »Und das darf nicht sein!« Und schon sprang das Kerlchen auf die kreisenden Kristalle zu und streckte seine blassen Spinnenarme aus, um irgendwie in dieses zauberische Gebilde einzugreifen. Doch schon stießen zwei der Kristalle mit einem feinen, gläsernen Ton zusammen und gerieten taumelnd aus ihrer Bahn. »Und das darf nicht sein!« 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 Vielen Dank.